Zockarmade Sollte sich andere dieses Video angucken, ne? Alter, bau Quicksave ein oder so, ey. Und weggesnackt, aber richtig hart weggesnackt sogar. Quicksave von so wär der Wahnsinn. Ja, das haben sich viele bei Steam gelesen. Aufgeregt darüber. Spiel, die schlecht ist, aber durch dieses, äh... Ehe wie von vorne, wenn du es nicht geschafft hast, ey. Äh, ist zermürmend, so ein bisschen. Also gerade wenn man... Gerade wenn man, äh, ja. Ja. War ja genauso gedacht. Oh, das freu ich mich nicht mehr. So. Guck mal hier, du kannst an mir rumlaufen. Alter, ist das. Weil man es damals nicht anders kannte. Das ist es. Ja, wenn du so siehst, klar. Aber die Zeiten der drei Leben sind vorbei. wir kennen unsere route mittlerweile wird das park da ist aber nichts drin aber ich kann doch schon nichts betätigen oder? ne das ist ja das ding was nicht funktioniert achja da ist der zweite ach so ok ja schon viele wollten das schwerer ja es ist ja auch herausfordernd also es ist wirklich keine ahnung wir sitzen jetzt schon seit einer stunde an der aufgabe weil man es unbedingt schaffen will und das muss ich ganz ehrlich sagen hatte mir bei the heroes in den spielspart ein bisschen genommen weil das auch so war bei the heroes in das war das level immer von vorne anfangen musstest ja also mal dieses try 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 ich hatte manchmal glaube ich manche sachen da habe ich 20 mal gemacht und dann gab es wieder die situation wir brauchen das zahnrad ja hier drinnen ne wird der jetzt schon reingehen oder? ja klar das auf alle fälle dann fühlen wir uns wie die größten mit den dicksten eiern ja du bist mir richtig stolz nicht dass ich es schaffe weil ich es geknackt habe und dann rechts achst du wolltest gucken ja ich wollte gucken ob da aber sonst ist hier keins ne? ne ich sehe gar nichts checken wir es nochmal da war hier gerade drin schnell schnell da hinten haben wir das zahnrad rein gepackt weißt du? dann können wir es gleich auswählen auf was wir rausnehmen können ja wollen wir mal kurz checken wir ja das stimmt schon aber wenn du gefrustet bist bist du gefrustet du freust dich erst danach ja da sind die hunde da kommt ihr runter ja ist schon ein geiles spiel ja auch schwarz keine frage und das verpisst sich wieder kommt wahrscheinlich gleich der zweite aber ich will trotzdem rein und jetzt das zahnradstall rein wo ist es los? wo ist es los? hallo? der hebel hat dich hochgeschossen diese maschine scheint eine der röhren mit sturm zu verborgen kriegen wir es wieder raus jetzt? nein ahhhh olli wir kriegen es auf jeden fall nicht mehr raus das wissen wir jetzt auf jeden fall raus gucken hier raus was soll antworten hier? vis fire ja? was denn? die streichelze ach so ja also gar nicht gesehen ja wir probieren es nochmal sie steht jetzt immer noch mit einer guten Tag zur seite ja bleib am beil bloß nicht schlafen gehen wir probieren es noch einmal ehrgeiz und so geht es sofort weiter wir müssen checken hier noch einer? so Tipps, Tipps Tipps und Tipps ja mal gucken ja mal gucken keine ahnung ich glaube das Level wollen wir noch schaffen kein Problem also das schaffen wir auch immer noch ich glaube noch ein bisschen ich bin noch fit jetzt rein boah alter ich dachte du rennst da jetzt rein ey kein bock mehr kein Problem fahren wir mal muss ja eigentlich ein zweites Zahnrad irgendwo sein ja da muss auch zweites sein irgendwo haben wir noch nicht gesehen wo? das ist die Frage wieder links ich habe auch noch nichts gesehen ich auch nicht just do it warte mal das kenne ich auch als Lied ah hier just do it just do it nothing is impossible ok ich kenne es nicht mach gleich mal nochmal verrecken mach ich es kurz an sonst spiel mich das kurz der ist nochmal hier zusammen ab hunde sind weg beide bist du sicher? gerade raus gelaufen ok auf Wart der ähm das ist von dem spotify sie ist na? der war Transformer mit Transformer äh mit Sada LaBeouf und der hat irgendwie so ein auch YouTube Video gemacht wo er so äh ach das Ding ja ja okay okay ja ja das kenne ich just do it nothing is impossible ja ok das kenne ich finde auch mal anders geil mit so einem schwarzen wo das Interview machen wo sie die äh Reportage also weil da irgendwelche Frauen da weiß ich wie lange da unter der Erde gelebt haben und der äh wir leben über zehn Jahre hier und wir haben nichts gemerkt keine Frau nichts gesehen aber das ist so geil gemacht alter weil das auch so cool spricht einfach und dann mit so ein Mix so ein übelst das gute Lied sein das liegt hier noch irgendwo oben einfach vielleicht in der Mitte Maustreken is impossible da lauft er weg sehr schön kann ich jetzt rein eigentlich oder? ja ich hoffe Zahnrad benutzen diese Maschine scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen schön ersten Auftrag erfüllt ich habe es endlich geschafft durch das Portal in die andere Welt zu gehen ich hatte also mit meinen Vermutungen immer recht diese Welt existiert nichts allerdings scheint es sich hierbei um ein dunkles Apfel unserer Realität zu handeln es war sehr schwierig hier das Portal zu finden und seine Funktion wieder herzustellen bleibt nur zu hoffen dass die eingestellte Kombination stimmt ja ich werde mich wieder in unsere Realität ankommen ich will mich wieder in unsere Realität ankommen das Ding kann man auch anschalten ne einst kann man auch anschalten vielleicht kann man das da rausziehen meinst du? mhm einfach ja ja einfach 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 ja einfach 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 ganz einfach ... mal nicht eben crap was ist das? nicht rum das place so Nix, hätte ich nix. Schnell raus, wir hören die Hunde nicht mehr. Was? Ach, raus, 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 raus. In der Maschine hört man ja nix. Ja. So. Und ich hab mir jetzt gedacht, vielleicht in der Mitte, bei den Brunnen, weißt du? Ja. Dass da vielleicht irgendwo noch mal ein Zahnrad liegt. Ist machbar. Dass wir vielleicht am Anfang übersehen haben oder so, keine Ahnung. Das könnte sein, ja. Hund? Da hin kommt der andere. Hm. Wo laufst du lang? Und der erste kommt der vier zurück, ne? Ja, na. Hm. Der ist links weg. Ist hier nichts? Oh, Alter! Fack mich! Fack mich! Ich hab das einfach verkacken, Alter! Hahaha! 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 Wir sind so nicht krank Mädchen, ey! Also, wir wollten's doch kurz anmachen. Hahaha! Fühl gleich ne Stichliste, wie oft wir es probiert haben. Hundertmal! Hahaha! 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 Tchup, tchup, tchup! Tup, 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 tup! Das war wieder. Hahaha! Million! Winning, winning, rim nun, immer wir. Million, a dickweg, winning! We, dear win, there, win everywhere! Hhm. Ja, ich bin dabei. Gibt es ein zweites Zahnrad? Ja, ein Kuss von der Zackermade dann. Ah, toll. Okay. Was ist hier los, ey? Wollen wir nochmal Wunderbund? Oh, es sieht aus, als ob die Startrücklinge gehören würde. Ja, es gibt ein zweites Zahnrad. Okay. Brennte sie gerade auch so sehr aufwärtsunne wie mir? Wo? Genau. Nein, 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 nein. Es ist im selben Pavion wie das Erste. What the fuck? Ehrlich? Hinter den Ziegeln? Also mal checken. Ja, wahrscheinlich. Eins da hinten, eins da. Ja, naja. Wir gucken auch... Habe ich... Alter, wo ist... Wir haben schon geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Jetzt rein? Nee. Ich sehe nichts. Für einen Hund. Reden. Dann noch nicht. Dann noch weg. Genau, aber wird sie gleich erst. Jetzt schnell das Erste holen. Abflug? Nee, holen. Genau. Raus, raus, raus. Ja, ich höre noch runter. Ich habe Angst, dass... Er kommt doch eh rein, wenn. Hier oben drauf. Nee. Komm mal. Wir können ja, nein, warte mal. Wir können ja jetzt erstmal... Ach, wir können nur eins auf einmal tragen. Ja, was? Achso. So, jetzt machen wir es mal an hier. Schleißer. Wie du den hält siehst. Mann, da hat sich auch schon gestorben. Dann kommt der Zweite. Der rennt jetzt rein. Der rennt jetzt rein. Warten und trinken. Oder war Kali auch halt in dem Fall. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt rein. Das ist Drecksgötter. Wir wollen es auch hier erstmal in der Hose ballern. Ja. Oh. Schnell. Diese Maschine scheint eine der höheren mit Strom zu versorgen. Schnell. Fritz. Aber wir warten wieder, bis der da ist, oder? Ich nehme kein Risiko mehr ein. Würde ich auch sagen. War ja so nah dran irgendwo? Nee, ne? Alles gut. Aber nee, guck mal, wir können auch hoch. Siehst du das? Wie geht das? Dann ist er. Bist du eben gerade hochgekommen? Nee, wir probieren es jetzt. Probieren wir es nochmal. Und der haut ab. Ich glaube nicht. Ah, nee. Nee, funktioniert nicht. Also rein. Ja, und links. Da! Da auf dem Stuhl! So offensichtlich! Ich brech ab. Hinter das Gebäude, links rum. Oh! Brech ab, ey! Oh, ist nicht wahr, ey! Winning. Winning, winning. Winning hier, winning there. Winning everywhere. Soll ich rennen gleich mal direkt durch? Ja. Aber nicht überwürdig. Nee, nee, ich versteck mich jetzt hier. Und dann warten wir wieder ab. Und dann warten wir wieder runter, ja. Oh, ja. Du hast es geschafft. Ja. Ja, danke für den Tipp. Wo ist er? Da läuft er. Ah, komm, komm. Da kommt er, da kommt er. Gut, 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 gut. Der ist drin. Läuft einmal rum. Ah, ist das? Ja, er ist weg. Okay, und schnell. Oh, geil. Links, 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 links. Ja, ja, ja. Ich mach da schon. Warum läufst du jetzt da lang? Dann müssen wir da lang. Jetzt haben wir zurücklaufen können. Nee, die Pumpe haben wir aber schon. Wir haben noch eine Pumpe da hinten. Am Anfang, ja. Da ist aber schnell durch hier einer. Und sie läuft. Ach so, oh Gott, ich dachte komplett. Oh, danke fürs Hausten übrigens. Da ist der Hund. Ich will fast nur eine Latsche. Oh, oh, oh. Schnell rüber. Super. Ich hab keine Ahnung, ich hab keinen Hund. Wir hören ihn erst mal zu spät. Schnell raus, 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 raus. Und rechts weg. Ja, ja, ich hoffe. Und das warten wir hier ab. Ja, bist du hier dort oben drin? Ihr hundert mir macht da ab und juhu. Abwarten. Ein Zitrick. Bacadio. Prost. Prost, Anna. Ich geh jetzt da rein. Warte, sollen wir es warten? Nee, jetzt warte ich. Jetzt kein Risiko. Nee, da war kein Risiko. Komm hin. Ja. Zerah. Jetzt? Wer läuft da hinten weg? Naja, aber wir warten auf einer anderen. Ich warte. Wer ist mit dir, wenn der Wichser da rausgelaufen ist? Boah, häng ich da nicht rein. Das ist abessen. Und dann kommt er wieder zurück. Kommt er noch. Ja, ist okay. Geh mal ein Stück zurück. Zurück. Ja, ich will irgendwie sehen hier. Da kommt er. Komm, beide. Ja. Oh, da wollen wir verarschen. Der ist mal an mir. Nee, ich warte. Boah. Ich hab Angst. Ja, das ist zu lange her, dass wir hier drin waren. Die kommen wahrscheinlich gleich rein hier. Ja, dann geh mal ein bisschen noch ein Stück zurück. Wenn du schon auf Nummer sicher ist, ist das richtig. Vielleicht hast du schon mal dran gedacht, dass ich nicht mehr reinkomme, weil alle Pumpen laufen? Was die Pumpen, was die Geräusche, die jetzt ablenken? Ach, dann so ein. Waren wir rein? Nee. Oh, da war er jetzt schon. Pass auf, warte. Wenn der jetzt da runterläuft. Ja, die laufen wirklich nicht da rein. Ja. Alles klar. Das Portal scheint jetzt wieder zu funktionieren. Bleib nur zu hoffen, dass die eine Schaltung durch das Portal in die andere Seite... Wuhu! We're winning! Winning, winning! Uh, darauf, darauf ein Stück. Ja, auch mal nicht. Das ist auch mir ein guter Chip reißen. Ja. Ich bin jetzt ein ganz großer. Ich bin jetzt ein bisschen... Das ist schade. Was ist an der Abgegegegen? Ja, ich bin jetzt nicht so… Ich bin jetzt ein wenig, ganz sicher. Oh, warum? Ja, ich bin jetzt ein bisschen... Ich bin jetzt ein bisschen... Und ich bin jetzt ein bisschen...